Am 20. Mai hat der Europäische Rat final beschlossen, dass bald keine anonymen Bargeldzahlungen über 3.000 Euro mehr erlaubt sein werden. Und Bargeldzahlungen über 10.000 Euro werden sogar komplett verboten. Außerdem werden alle anonymen Transaktionen von Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin verboten, selbst schon bei Kleinstbeträgen. Ausgenommen davon sind nur rein private Transaktionen, von Privatperson zu Privatperson. Der absolute Großteil unserer Transaktionen ist von den neuen Regelungen betroffen. Das ist ein Angriff auf unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmtheit. Offiziell geht es darum, Geldwäsche zu bekämpfen. Kryptowährungen wie Bitcoin eignen sich aber aufgrund ihrer Transparenz gerade besonders schlecht für Geldwäsche und für kriminelle Vorgänge. Das wurde schon mehrfach nachgewiesen. Links dazu wie immer in der Beschreibung. Außerdem handelt die EU klar gegen den Volkswillen. Die EU selbst, die EU-Kommission selbst, hat die Bevölkerung 2017 schon einmal zur Begrenzung von Bargeld befragt. Dabei sprachen sich damals über 90% gegen solche Schritte aus und hielten das anonyme Bezahlen mit Bargeld für eine essentielle persönliche Freiheit. Außerdem waren die Befragten damals der Meinung, dass eine solche Begrenzung gar nicht effektiv dabei ist, Kriminalität zu bekämpfen. Trotzdem schreitet die EU unbetrübt voran. Hier geht es nur um eins. Die totale Kontrolle soll scheibchenweise, Schritt für Schritt eingeführt werden. Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. sind den Herrschenden hierbei ein besonderer Dorn im Auge. Sie ermöglichen es jedem, finanziell komplett unabhängig und frei zu sein. Richtig genutzt sind sie wie digitales Bargeld. Kontosperrungen oder ähnliches sind damit einfach nicht möglich. Darüber hinaus bedrohen Kryptowährungen die Stabilität des Euro selbst, weil sie ihm als alternatives Zahlungsmittel Konkurrenz machen. Die neuen sogenannten Geldwäschegesetze, die besser Kontrollausweitungsgesetze heißen sollten, gelten ab 2027 vollständig. Bargeld und Kryptowährungen wie Bitcoin sind für unsere Freiheit essentiell. Sonst kann es schon bald sein wie in China, wo es fast kein Bargeld mehr gibt und man vieles nur noch digital und unter Nachweis der eigenen Identität kaufen oder nutzen kann. Verhält man sich dann falsch, können zum Beispiel Flüge oder Bahnfahrten verboten werden oder auch der Internetzugang eingeschränkt. Die gesetzliche Verankerung von der uneingeschränkten Nutzung von Bargeld und Bitcoin macht solche Maßnahmen wesentlich schwerer umsetzbar. Deswegen stehen wir für ein freies und demokratisches Geldsystem. Die Zeit dafür ist reif. Die Zeit dafür ist reif. Vielen Dank.